Willkommen zu einer neuen Folge Gaming Now Twins. Wir sind jetzt in Verlobenen Land angekommen und wir haben eine neue Frisur. Wir zeigen es jetzt mal. Und wenn es euch gefällt, lasst ein Like da, abonniert auf den Kanal und aktiviert die Glocke. Ich glaube, hier war Pixel. Das ist ein Giftmeer. Hier irgendwo war ein Pixel. Haben wir ihn außer Seen gefunden. Außer Seen. Haben wir ihn irgendwann mal gefunden. Naja, wir verschwenden jetzt unsere Zeit nicht nur für ihn. Willst du dort oben sind Lila Coins? Ich weiß ja eigentlich gar nicht, wie die Lila Coins heißen. Wir nennen sie einfach Lila Coins. Ja, also. Was? Nintendo nennt sie. Ah, hier. Hier. Hier war der Pixel. Auch mal nicht. Na doch. Doch, genau hier. Ich bin einmal einen Baum angehauen und dann... Also ich wollte die Lila Coins kriegen und dann habe ich... Ich wollte einen Stamm-Attackensprung machen und dann bin ich... Das sah so aus, als wäre Mario gerade durchgeglitscht. Und dann habe ich eben halt versucht, einen Stamm-Attackensprung zu machen, aber dann ist Pixel Luigi gekommen. Ja. Und, äh, also, ich glaube, in Mario 3D World war das, also für den Nintendo Switch bei Mario 3D World und Boneser Theory. Eine Wii U haben wir nicht. Oh, ja. Käppi wird ja entführt. Okay, den trage ich jetzt für eine Weile nicht mehr. Wieso nicht? Hä? Entführt wurde? Das war in Mario 3D World. Da... Oh, ja. Ja, da bin ich, glaube ich, durch ein Ausrufezeichen-Block durchgeglitscht. Ja. Also... Oh Gott. Das war... Ach, ich habe keine Ahnung mehr, wie das Level hieß. Aber, äh, so ein Riesen-Block-Level. Ja. In Volt-Stern. Ja. In... Ja, in... Welt... Ach, wir haben ja Welt-Stern... Äh, äh, Welt-Stern hier nicht mehr gehört. Oh, nein. Mach das... Vincent, dort ist eh am Mond. Yes. Was? Wir haben sehr lange Super Mario 3D World und Boneser Theory gespielt, also... Super Mario Odyssey haben wir schon... dreimal, glaube ich, durchgespielt. Was? Das haben wir auch in unserem ersten Part... Oh, das kann doch nicht wahr sein. Wir haben auch in unserem ersten Part gesagt, dass wir dieses Spiel schon zum vierten Mal spielen. Ehhh... Oh Gott. Ach, doch. Ja, okay. Und jetzt geduldig sein. Sei doch geduldig. Komm mal schnell. So. Oh. Ja. Jetzt kannst du kein Spiel wieder aufsetzen. Boah, danke für die Rettung. Das Eben war also gar nicht lustig. Ich hoffe, es bleibt bei diesem Heimat. Na ja, egal. Los, Gott, Mond. Es gibt ja noch diesen Bonus-Raum. Ja. Da wird er nochmal entführt. Und, ja, hier ist der Mond. Kann man eigentlich... Hier vibriert es auch. Ja, gut. Und... Oh mein Gott. Wenn man diesen... Wie soll man diesen Mond überhaupt kriegen? Mit einer Stampfattacke geht es ja auch nicht. Den Mond haben wir halt nie gekriegt. Halt nie in... In keinen Nutzer, den wir jemals gespielt haben. Ja. Ja. Ah, hier. Da war... Noch... Ähm... Ah ja, wieder kurz. Oh mein Gott. Das war knapp. Ich dachte, wir sterben. Schon das zweite Mal wäre das. Ich möchte dieses... Verlorene Land durchspielen. Okay, ein Tod reicht mir. Ich glaube, das war Part 4, da haben wir uns... Oh nein. Oh nein. Ja, ich dachte... Und da bin ich... Wir gehen ins... Äh... Wir fallen ins Gef... Also das ist wirklich... Ein... Ich finde, das ist ein ungewöhnliches Mario-Spiel, weil... Also es gibt halt Pixel... Und... Ähm... Er ist halt immer groß oder... Ich hab keine Ahnung. Vielleicht ist er groß oder vielleicht ist er klein. Aber... Ähm... Also Mario 3D World ist es ja so. Ähm... Da kann er klein, wenn er verletzt ist, klein werden. Nur in Mario Odyssey geht das nicht. Wahrscheinlich werden wir Mario 3D World auch... Niemals durchspielen. Let's playen. Nein, werden wir nicht. Das wäre lächerlich. Wir sind zu schlecht in diesem Spiel. Heißt nicht, dass wir... Oh mein Gott. Vielleicht ist er ja... In... Wir sind ja noch was. Nein, nein. Okay. Der ist weiter mal gestorben. Mann! Ne, warte. Da waren nur Münzen drin. Ja gut, dann opfer ich mich nicht mehr. Ich seh gerade... Ich seh ein bisschen lächerlich aus. Mit diesem... Ähm... Mit Käppi hier. Höh! Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hör auf Käppi die ganze Zeit... Wenn er sich dort... Ähm... Gut, dass er sich dort angeguckt... Ja? Wieso kann Käppi Münzen holen, aber Monde nicht... Wenn er Monde mit Käppi holen könnte... Ähm... Dann warte mal. Jetzt schaffe ich es vielleicht. Nein! Lass... ich hab's doch geschafft, lass das, das war riskant, okay, mach das nie wieder und jetzt einfach kein Heldsprung, ich sagte, keine, hm, wenigstens, sei doch vorsichtig, mach das nie wieder, sei doch vorsichtiger mach ich auch nie wieder ey, da sind noch Lila Colts, ja, die holen wir später, das ist später, weil wir diese Folge nicht für Lila Colts versprechen wollen, du hast mal eine Folge für Münzen und du hast dich immer wieder geopfert nur für Münzen, ich finde Monde sind wichtiger ähm, als Münzen in dem Part haben wir ja immer noch viele Monde gesammelt weiß ich aber wir sind viele Male gestorben ja, und das will ich nicht wieder einfach vorsichtig sein warte mal, da ist Käpt'n tot ja, aber mach den später, wenn du alle Mondstücke hast ja, aber mach den später, wenn du alle Mondstücke hast oh mein Gott oh mein Gott schnell ja, mach ich oh mein Gott voll blöd ja jetzt Käpt'n tot ja, Käpt'n tot kann man schon leicht übersehen ja mach weiter oh gut gut schnell vor mir wäre jetzt gestorben ah ja den kann man äh sehr leicht übersehen aber hier ist nur ein Herz gut zum Glück heute ne wieso kann man diesen Raum eigentlich nicht töten ja viele Münzen ja, also ich glaube es gibt äh 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 so ein so ein so ein so eine Schatzkammer uh dich aus Käpt'n tot was hat er denn gemacht? ah ne äh äh fast hätte ich sie vergessen die Räute ja wenn ich du wäre hätte ich äh sie mich vergessen ich wollte mich schon beschweren aber dann hast du noch jetzt hätte ich daran gedacht was zur wieso ist der da nicht wieso ist der da nicht wieso ist der da nicht ich dachte wir wir verlieren jetzt ein Leben ich wollte schon Stern sagen gut dass der Mond noch da ist weil einmal im Seeland ähm äh als wir ähm Mario Odyssey immer noch ähm alleine ohne ohne die Videos gemacht haben da ach ich hab das schon vergessen was ich sagen wollte warte mal warte mal kann er mich töten ich geh erstmal in den richtigen Moment und dann probier ich aus ob diese Raupe die hier kähen kann ne ne ok 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 stell dir vor du wärst jetzt wieder gestorben warte mal was wäre voll kass ok da sind Lilas 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 hast du sie auch genannt ja hab ich mal Lilas das wäre gescheuert lächerlich auch wenn ich ihn noch grad benutze auch wenn ich ihn noch grad benutze nein oh ich dachte schon sterben stell dir mal vor das wäre glaube ich dann unser vierter Tod in diesem Part ok ok im Part 4 wie laut wärs über Part 4 oh oh da sind wir noch hoch gekommen oh oh hier wird irgendwann eine Notenjagd sein ne da ne doch nicht hier doch gut wie kommt man nochmal an die Notenjagd ich glaube ich hab das in irgendeinem Video mal gesehen aber ich hab's vergessen ok ok das ist gut gelaufen anders als das du bist ja 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 da hast du gesagt 100% Lilas hör auf ok ok nächstes Kind ja tue ich auch nicht ich warte auf ihn äh wo ist der äh weil es ja wie lahm ist ach komm ja komm wenn er bloß bisschen schneller wäre na komm zu früh gesprungen oder vielleicht doch deine Technik ansetzen oh oh mach deine Technik oh nein hm das kann doch nicht wahr sein wie zum wir sind doch im richtigen Moment gesprungen wieder hier ne hm ja die 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 haben wir nicht ähm ich ich wollte schon sagen weh äh du stirbst wieder ja da ist er das ist so ein gib mehr das ist so nervig du hättest du hättest fast getroffen werden können ja hallo okay ähm hier hier wir haben es nicht mal ohne Raupe versucht aber natürlich den Hilfe haben wir ja wir hatten ja dann wir haben wir haben es einmal ohne diese Raupe versucht einmal ohne und irgendwann hat es einfach geklappt ich weiß nicht wie wir das hingekriegt haben aber es hat irgendwie geklappt nach ein paar Versuchen ja warte mal da ist und wieso kann man diese Raupe nicht töten und wieso haben sie so einen Clowns gewinnt die Röntgo-Liefe oder wie auch heißen ich weiß gar nicht wie das ausgesprochen wird oh ja der wohnt hier man muss einfach nur eine Stampfattacke machen und dann können sie werfen ja was hä komm bei was was war das denn komm so okay jetzt war es gut ich glaube es okay jetzt müssen wir noch diesen einen Mond oben ja aber wir wollten rinzen schnell wir wollten doch eigentlich da da sind wir doch nichts wir wollten doch ähm dieses verlorene Land doch durchgehen ja aber nicht heute ja nicht heute natürlich nicht heute wir wollen das verlogen heute durchspielen wir haben das ruhi das einzige Land das wir jemals durchgespielt haben war das ruinend ja das wir ganz durchgespielt ja oh dieser Mond ist so blöd ok lieber nichts riskieren nichts riskieren ach man muss ihn aber suchen was hey wir haben ihn doch berührt auf dich hin und her zu bewegen William hab ich nicht wieso wieder hier vielleicht sollten wir mal einen weiteren rücksetzpunkt aktivieren wieso starten wir immer dort weil wir keinen anderen rücksetzpunkt aktiviert haben wir brauchen ja eh nur noch einen und ja den Mond haben wir vergessen aber anders kommt man eben gar nicht an den Mond ran Vincent dort diese Säule ja ich weiß aber die Säule ist noch weiter oben Alter ich hab's heute falsch betont hm hm ja hm 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 Che Anna fish ja wie ja dass die 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 Untertitelung des ZDF, 2020